Was hast du hier weggenommen? Sie haben hier die Gemeinschaft weggenommen. Was hast du hier noch weggenommen? Was hast du hier noch weggenommen? Was hast du hier noch weggenommen? Du gehst jetzt raus. Bevor du rausgehst, gibst du ihr alles, was du ihr weggenommen hast. Du gibst es ihr im Namen Jesus. Es gehört dir nicht. Du gehst dahin, wo du es begraben hast. Du grabst es raus. Du bringst es zurück. Und dann verlässt du diesen Körper. Jetzt. Das ist ein Befehl. Das ist ein Befehl. Sie ist wertlos. Im Namen Jesus Christus, du gibst ihr ihren Wert zurück. Jetzt. 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 Feuer. Feuer. Feuer.